Also das nächste Stück ist von Element of Crime, heißt Die Letzte U-Bahn. Aber um die Zeit zu überbrücken, sage ich noch was an. Das nächste Stück ist von Element of Crime, heißt Die Letzte U-Bahn. Soll ich noch eine Ansage machen? Ich sage mal nicht an, von dem das Stück ist, wenn es so ein Stück ist. Ich sage mal nicht an, von dem das Stück ist, wenn es so ein Stück ist. Aber wie ist es so ein Stück ist? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was damals vor fünf Minuten war und alles ist ganz wunderbar und du bist immer noch da, du bist immer noch da, du bist immer noch da. Du bist immer noch da und sie ist dahin, wo ich auf keinen Fall bin und verdrehst mit den Fingern deinen Haar und nur Idioten finden das wunderbar. Ein Vollidiot bin ich gern, der letzte Verstand, da geht mehr. Die letzte U-Bahn geht später und du bist immer noch da. 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 Und da dreht er sich um sich selbst, und dann weht er uns über die Träume zurück. Ich sag, was geht jetzt? Und du sagst, ja, ich weiß nicht, das ist eine Frage, warum? Und alles ist ganz wunderbar, und du bist immer noch da. Und ziehst dahin, wo du schon kränkern bist, und verdriehst bei den Fingern im Haar. Und nur Idioten finden das wunderbar, den vollidioten nicht gern. Der letzte Verstand da geht, die letzte Opern geht später, und du bist immer noch da. Und du bist immer noch da. Und du bist immer noch da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und du bist immer noch da. 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 Vielen Dank.